Kanzlerattacke auf die Eliten Deutschlands. Bundeskanzler Scholz geht auf die sogenannten Experten und Eliten los. Er sagt, die Deutschen sind nicht faul. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich reibe mir verwundert die Augen. Was ist denn mit unserem Bundeskanzler Scholz los? Hat er jetzt auf einmal mitbekommen, dass Wahlkampf ist? Schaltet er jetzt in den Angriffsmodus oder was ist hier los? Meine Damen und Herren, Bundeskanzler Scholz hat in einem Interview im Stern wirklich jetzt mal was gesagt und zwar nicht alle Latten am Zaun, wie sich Kanzler Scholz, Schwarzmaler und Elitenvertreter vorknöpft. Meine Damen und Herren, es geht im Zusammenhang um seine Forderung Mindestlohn auf 15 Euro hochzusenken. Auch da hat er massive Kritik geäußert. Ich werde dazu noch ein extra Video drehen. Hat er doch tatsächlich hier, ich zeige Ihnen das gleich mal, sich die Eliten Deutschlands vorgenommen und hat denen einfach mal die Leviten gelesen, meine Damen und Herren. Wir gucken uns das mal an. Ich will das mal ein bisschen größer machen, dass Sie das mal gut sehen. Und zwar in der Debatte um die Viertagewoche hat der Kanzler alle jenen Experten, alle diejenigen Experten attackiert, die meinen, die Deutschen seien zu faul. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen sprachlos, was sich dort zum Teil auch politische Vertreter der Parteien FDP, CDU, CSU hier geleistet haben, aber auch Arbeitgeberlobbyisten, Arbeitgeberpräsidenten unter anderem auch und sogenannte Wirtschaftsökonomen, alles sogenannte Experten, die der Meinung sind oder so den Anschein erwecken. Wir die Deutschen, wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten, die fleißig sind, seien zu faul, nur weil einige von uns die Viertagewoche fordern. Meine Damen und Herren, die Viertagewoche wird kommen. Da können Sie sich alle als Arbeitgeber aufregen, wie Sie wollen. Sie wird in großen oder in einigen Teilen der Wirtschaft kommen. Sie ist sogar schon da. Sogar Wirtschaftsvertreter sagen, es ist doch nicht schlimm, die Leute vier Tage in der Woche arbeiten zu lassen. Aber Kanzler Scholz geht ja richtig in die Attacke und sagt schlicht und ergreifend, Leute, so geht's einfach nicht. Wer solche Behauptungen aufstellt, die Deutschen seien faul, der sollte sich was schämen. So hat er es gesagt, meine Damen und Herren. Aber das ist noch eine gewählte Wortwahl. Aber jetzt geht's weiter. Allein im vergangenen Jahr seien 1,3 Milliarden Überstunden geleistet worden. Meine Damen und Herren, nur zu Ihrer Information. Von diesen 1,3 Milliarden Überstunden haben Arbeitgeber nicht alles bezahlt. Das ist auch bekannt. Aber da reden ja die Arbeitgeber nicht gerne darüber, dass viele Arbeitnehmer hier kostenfrei für die mehr gearbeitet haben. Ich kann nur sagen, deutsche Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten, sind nicht faul. Die sind sehr fleißig. Ich beobachte das ja hier auch in Halle. Wenn man in den Supermarkt geht, wenn man in die Krankenhäuser geht, wenn man in die Pflegeeinrichtungen geht, wenn man auf den Bau schaut, überall hinschaut, auch in die Industrie. Die Leute sind alle fleißig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Arbeitgeber, die sowas behaupten oder die Experten, die sollten sich einfach nur schämen. Kanzler Scholz sagt wörtlich, wer da von Faulheit spricht, hat aus meiner Sicht nicht mehr alle Latten am Zaun. Richtig so, Herr Scholz. Richtig so. Auf die Frage, ob er mit seiner Kritik Vertreter der FDP meine, sagte der Politiker, ich halte solche Äußerungen für ungerechtfertigt und schädlich, egal wer sie tätigt. Hier wollte der Kanzler wahrscheinlich nicht noch mehr Salz in die Suppe streuen, denn mit seiner Attacke auf den 15 Euro Mindestlohn kam ja jetzt am 14.05. frisch raus, wird er sich natürlich schwer mit den FDP-Leuten anlegen. Und genau das war es nämlich auch, dass die FDP oder einige von den FDP-Politikerinnen und Politiker den Eindruck erwecken, die Deutschen arbeiten hier zu wenig. Und das wollte er aber so nicht ganz klar sagen. Meine Damen und Herren, ich bin begeistert. Kanzler Scholz beschützt endlich sein Klientel, für die er auch tatsächlich angetreten ist als Kanzler, nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kleine und mittelständische Unternehmer, die jeden Tag fleißig arbeiten, die jeden Tag viele Stunden arbeiten, die auch viele Überstunden erarbeiten. Und meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen eins, es wird ja nicht besser. Wir haben Arbeitskräftemangel. Natürlich könnten wir Deutschen auch viel länger arbeiten. Aber Sie wissen auch, wenn man mehr als 40 Stunden über eine Zeit, über eine längere Zeit arbeitet, 45, 50 Stunden, dann ist das auch nicht mehr ganz gesund. Und deshalb würde ich doch jeden empfehlen, einfach in Demut, die Klappe zu halten und seine Arbeitnehmer zu schützen und sie auch mal vielleicht zu loben und zu sagen, Mensch, du warst aber heute wirklich fleißig. Ich spendiere dir mal mit deiner Frau ein schönes Essen in einer Gaststätte. Ja, das wäre ja mal ein richtiger Weg von den Arbeitgebern. Und das würde ich auch im Übrigen Herrn Dulger mal vorschlagen, dass er solche Dinge auch mal in seinen Kreisen bespricht, wie man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ordentlich und vor allen Dingen auch menschlich behandelt. Also meine Damen und Herren, tolle Sache. Kanzler Scholz schaltet auf Angriff. Er attackiert Elitenvertreter und wirft denen sozusagen Schwarzmalerei vor und sagt auch klipp und klar, die haben nicht mehr alle Latten anzaunen. Richtig so. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine Rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.